Ich sehe gerade, die haben sogar Leute nachgekocht, da will ich mal... ... mit ihm hier... ... und ich werde mit ihm halt den Lickenden oder auch von Montana Play... Er ist noch ein bisschen aufgeregt. Zehn Minuten sechs, auf jeden Fall Profis, Digga. Ich habe keine Zeit, Digga, weil... ... Skins kommen gleich. Wenn du das Ergebnis sehen, Digga. Ich muss sagen, Rot-Spirin. Rot-Spirin. Oh mein Gott! Ist das geil oder ist es geil? Ich mach mal hier zu. Mega geil! Also alle, die da sind, gerne mitessen, wirklich im Live-Spirin. Einfach mal jetzt mal... Jetzt lieben alle! Oh ja! Esst eben, Bruder! Ja! Ich habe euch mal gelernt, wie man Bier aufmacht. ... die zu haten oder sonstiges, finde ich... ... oder ein bisschen negativ über die schreiben, finde ich unkorrekt. Ich würde auch gerne so gerne einen Teller haben, Bruder! Oh, köstlich, Bruder! Gib mir auch was ab! Aber mit Käse, Digga. Was muss mit dir? So, Anton reagiert jetzt drauf. Also... ... King-Munke-Film. So, warte! Ich möchte dein... Warte, warte! Ich will dein Gesicht ausfüllen. Ja, das kann kein anderes. Mmh... ... die Ronaldo-Einsatz. Auch Ehrenmänner mit heller Gewürz-Ketchup. Achso, finde ich richtig korrekt. Man muss sich einmal vorstellen, die Jungs haben sich einfach abends verabredet, Digga, und kochen meinen Nudel-Auflauch nach. So, wisst ihr, wie ich meine? Das finde ich einfach korrekt, Digga. Guck in die Kamera. Mhm. Ultranal-Einsatz. Geil, ist echt geil. Nice. Sag mal, ist das jetzt eine Weine? Du musst es mit Ketchup essen, sonst schmeckt das nicht. Also, es schmeckt auch so. Jawoll! Geil, Brüder, Digga. Da wird nicht gegeist. Ist geil, gell? Das ist jetzt mein Teller. Boah, das ist schon der Gelder, Alter. So, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben. Jo, genutzt du noch. Jo. Lasst ein Abo da. In der Infokarte könnt ihr mich auch noch abonnieren. Ja. Ist verlinkt. Jetzt weiterlegen, obwohl ich... Ich schreib da nie was. Alle Abogeil, Digga. Auf Instagram. Ja, ich schreib die Instagram-Namen, Snapchat-Namen, YouTube-Namen. Ich find's lustig, Digga. Ich find's korrekt, Digga. Ich feiere sowas. Ich find's korrekt, Digga. Ich find's richtig korrekt, man. Wie stolz ist das, dass jemand nachkocht? Naja, gut, Digga. Aber ich find's trotzdem einfach... Muss ich's einfach vorstellen. Die Jungs treffen sich abends und kochen den Nudelauflauf von mir so nach. Und fühlen das auch, was ich sag, nämlich ohne heller Gewürzketchup und so. Die haben es halt, ja, gefühlt, was ich gekocht hab und haben's nachgekocht. Und das ist einfach ein Baba-Gefühl, Digga, ne? Find ich hammermäßig, Digga. Finde ich einfach korrekt, Digga. Müsst ihr nicht feiern, so. Aber das ist auch nur meine Meinung. Aber dass dann Leute, äh, 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 so Z-Tyra, so, tut mir leid, Digga, aber der schreibt dann so rein. Oh, hoffentlich kotzt er jetzt, Digga. Da denk ich mir halt einfach, Digga, ey. Da denk ich mir einfach nur, komm, bitte verpiss dich, Digga. Das hab ich mir gerade in dem Moment gehabt. Bin ich ehrlich zu euch? Solche Kommentare, Digga, finde ich, äh, ja, weiß ich nicht, Digga. Von jemandem, der eventuell immer mod werden will. Sag ich dir ganz ehrlich, ich will jetzt nicht, dass er gehetetet wird. Versteht das nicht falsch. Und ich will auch nicht, dass jetzt irgendwelche Leute jetzt reinschreiben. Ey, blablabla. Das finde ich, also, ich feiere so einen Kommentar einfach nicht. Feiere ich einfach nicht, Digga. So, man muss die Jungs nicht mögen, okay. Aber wir haben uns einfach angeguckt, wie die, äh, meinen Nudelauflauf, äh, kochen. Und das finde ich, ist eine coole Aktion. Man muss die Videoqualität nicht mögen, man müsste die Jungs nicht mögen. Aber ich finde die Aktion an für sich einfach cool, Digga. Ne? Das ist einfach meine, meine Meinung, Digga. Ja, ja. Du kannst nicht sagen. Das wäre ein Team систем. In этихưairen. Dad. Det ist richtig. Mein passt und ich Dir das Tor.